Hallo und ganz herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es darum, verschiedene ND-Filter zu vergleichen. Zu Beginn fliegen wir eine kleine Testrunde ohne installierten Filter auf der Mavic Pro. Die Installationsrunde habe ich mit Wave-Points aufgezeichnet, sodass der Vergleich der vier verschiedenen ND-Filter im Anschluss auf der exakt gleichen Strecke erfolgen konnte. Bei allen vier Flügen habe ich mit identischen Kameraeinstellungen begonnen. Hier ISO 100 und bei einem Shutter von einer 60 Sekunde. Auf dem Rückweg zur Startposition haben wir dann für die ND-8 Filter von Skyroot und PolarPro einmal den Shutter auf einer 100 Sekunde geändert und ihr werdet feststellen, was dies allein für eine Auswirkung haben kann. Ich hoffe euch hat dieses kurze Video gefallen und ich konnte euch näher bringen, wie ND-Filter wirken. Wenn das so ist, dann lasst mir einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und ich würde mich freuen, euch demnächst einmal wieder hier auf Berlin Area begrüßen zu können. Bis bald und auf Wiedersehen. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020